Lampukistan Gaming ist hier, wir gehen mal rein in den Hype, also richtig rein in Remnant 2 und spielen das heute direkt weiter. Wir sind im verbotenen Heim weiterhin und sind von der rechten Seite gekommen und jetzt machen wir hier mal direkt weiter. Gucken wir mal was uns hier noch erwartet in diesem Spiel, das geht ja irgendwie total durch die Decke. Also ich habe echt durch Zufall nur gesehen, dass das Spiel released wird und habe mir einfach auf, also ohne darüber nachzudenken, einfach gekauft. Da ist so eine Zielfahne da in der Mitte, oder? Irgendwas krasses ist da drin. Oh, Zeit, Nexus, was? Endboss? Das Ding hier, ne. Doch, alter Lachs, was haben wir denn jetzt hier eigentlich? Aber warum? Oh shit, da brauchen wir die Schnarre. Ah, shit. Ja, geil. Können wir uns hier theoretisch jederzeit zurückziehen? Ne, natürlich nicht gesperrt, ja. Aber jetzt werden wir wahrscheinlich hier sterben, hä? Ah, hier durch. Alter. Okay, was sind wir denn hier für Sorg? Können wir uns denn mal heilen? Was ist das denn hier für ein Stab? Okay, ja, Tod müssen wir erstmal kurz sind, Tod müssen wir mal mitnehmen. Beziehungsweise, natürlich, äh, werden wir ja wiederbelebt. Also das ist hier offensichtlich irgendwie ein Endboss. Boah, wir brauchen die andere Knarre. Okay, wechsel doch mal jetzt. So, meine Fresse. Können wir das Ding überhaupt töten? Das war eigentlich nicht mein Plan. Ich wollte eigentlich nur dieses... Hier zu diesem blauen... Was auch immer das hier ist. Ja, wenn wir verseucht ist, dann kann man echt... Hat man wirklich limitiert? Wir müssen den Tod jetzt mal mitnehmen hier. Das ist... Das ist... Das geht nicht. Ah, das sieht nicht gut aus. So, wir spawnen hier. Jetzt ist natürlich die Frage, ey. Dieser... Ich würde gerne diesem krassen Ding hier aus dem Weg gehen. Ja? Geht das? Wir müssen erstmal hier lang gehen, ja? Erstmal hier schön weiter im idyllischen Dschungel. Da wollen wir uns weiter vorarbeiten. Die Waffe ist auch nicht ganz die geilste. Wir hätten vielleicht doch den... Vielleicht den Jäger nehmen sollen mit seinem Sniper-Gewehr. So, die Dinger sind hier noch gefährlich, weil die dann ja... Manchmal haben die ja einen Gegner gespawnt, ne? In der letzten oder vorletzten Falle der... Oh, hier ist eine rote Tür. Oh no, hier ist hier der nächste Boss. Okay, lass mal gucken, was hier ist. Kai-Eula... Kai-Eula ist Ruhe-Städte. Es ist immer die zwei oben dran, ne? Dass ich noch nicht ganz so... nicht ganz so durchgestiegen bin. Okay, also... Ich würde sagen, wir machen jetzt hier diesen Gebiet weiter. So, Waffen aufwerten. Du verfügst über ausreichende Ressourcen, um eine Waffe aufzuwerten. Dadurch solltest du besser gegen die schwieriger werdenden Herausforderungen gewappnet sein. Spricht mit Riggs in Station 13, um deine Waffe aufzuwerten. Ja, dann wollen wir doch mal... Komm, dann gehen wir mal zurück hier. Jumpen wir mal zurück nach Station 13. Ah, eine Menge. Ich verstehe nicht mal die Hälfte davon. Das glaube ich, wenn es um den Weltenstein geht. Ähm, beginne am Anfang. Du warst mit dem Gründer in der alten Station, oder? Äh, wohin ging er? Er hat den Stein aktiviert und ist in ihm verschwunden, glaube ich. Ich wusste, dass der Gründer etwas vorhatte. Er will schon zur alten Station reisen. Ich wünschte nur, er hätte vorher mit mir geredet. Es tut mir leid, dass du damit reingezogen wurdest. Und, was ist dann geschehen? Clementine folgte ihm durch den Stein. Moment, was? Clementine? Wo ist sie? Geht es ihr gut? Warum suchst du nicht sofort nach ihr? Ich weiß nicht, ich suche nach ihr. Keine Sorge, ich schaff das schon. Nein, ich meine, sie könnte überall sein, verstehst du? Es gibt verdammt nochmal viele Welten da draußen. In Ordnung. Ich hole Bravos und Ricks. Ich sag ihnen, dass... Was zur Hölle mach ich denn? Ich weiß auch nicht mehr als du, was uns da draußen erwartet. Und diese Leute. Ich kann sie nicht so in Gefahr bringen. Ich würde die ganze Stadt aufs Spiel setzen. Das würde Clem nicht wollen. Es ist ein Wunder, dass du zurückgekehrt bist. Nein, wir müssen uns auf dich verlassen, wie du gesagt hast. Ist... ist das in Ordnung? Ja, keine Sorge, ich werde sie finden. Danke, Fremdling. Sprich mit den Leuten in der Stadt. Sie sollten alle Vorräte haben, die du brauchst. Weißt du, Ford hat immer gesagt. Commander Ford, nicht der Gründer. Dass eine Anführerin und eine Heldin zweierlei sind. Die Anführerin bleibt immer bei ihren Leuten. Ich dachte, sie wollte einfach gegen ihren Großvater sticheln, weil er immer verschwand. Aber ich glaube, ich verstehe sie jetzt besser. Sorry, ich sollte mich auf den Weg machen. Pass auf dich auf, Fremdling. Gut, okay, jetzt stehen wir auf einmal hier. Crazy. Alright, wir wollten eine Waffe aufwerten. Wo? Da hinten bei Ricks? Ja, ist natürlich jetzt die Frage. Wollen wir die explizit, diese Waffe aufwerten? Oder wollen wir uns eine andere holen? Das würde ja eventuell auch gehen. Jetzt gucken wir mal. Dich wiederzusehen. So, ähm. Ausrüstung aufwerten. Ach, guck mal, wir haben ja hier eine andere noch. Du weißt, wo du mich findest. Können wir das wechseln? Jetzt passt mal auf. Was haben wir denn hier? Im Inventar kannst du die meisten deiner Fernkampfwaffen mit Waffenmods... Ja, das haben wir ja gemacht, ne? Wir haben hier schon einen Waffenmod drin. Aber jetzt passt mal auf. Wir wollen ja hier gucken. Guck mal, hier haben wir noch das hier. Das macht natürlich weniger Schaden. Rostiges Repetiergewehr. Können wir das eigentlich mal ein bisschen testen, oder? Ja, so eine... So eine Knarre ist mir doch deutlich lieber. Die wollen wir nehmen. Und die wollen wir aufwerten. Halt, jetzt zurück vom Schmelztiegel verlege. Die Knarre werten wir jetzt mal auf. Das hier, ne? Wir haben ja die Pistole schon aufgewertet, glaube ich. Ah, bin mir nicht sicher. So, das hier wollen wir. Pass auf, was kostet das überhaupt? Ach ja, hier, guck mal. Vier Eisen und 200 Altmetall. Abfahrt. Aber wir haben doch schon irgendeine Waffe. Können wir die nochmal hoch machen? Ja, kostet uns sechs und 220. Abfahrt. Wer ist da? Gut. Knarre auf plus zwei hoch. Sehr schön. So. Jetzt ist die Frage... Müssen wir jetzt hier noch ein bisschen mit den Leuten... Ja, einen Waffen-Modz sollten wir hier noch einbauen, ne? Mit hier, bei ihr, glaube ich, war das. Hm, naja. Nee, das ist... Das geht nicht, ne? Fehlen uns diese Gang... Aber haben wir alle Ganglien in der Saat? Da war doch auch irgendwas schon. Jesus, okay. Händler kaufen, verkaufen Gegenstände für Altmetall. Die Händler auf Station 13 verkaufen eine Vielfalt an Gegenständen wie Waffen, Rüstungen, Verbrauchsgüter und sogar Eintopf. Andere Händler befinden sich in den verschiedenen Welten und verkaufen dort einzigartige Gegenstände. Ja, da sind die Waffen-Modz. Wir brauchen 1500 Altmetall. Wir haben 86, wie wir rechts oben erkennen konnten. Was uns einfach gar nichts bringt, ja? So, dann würde ich sagen, die Weltentscheidung ist jetzt hier auf einmal. I see. Haben wir sowas wie eine Art Quest-Log? Clementine. Ich muss Clementine finden. Sie wurde in den großen roten Kristall auf Station 13 gezogen und ist spurlos verschwunden. Rechts oben sehen wir das. Boah, wir gehen mal hier rein. Mal gucken, was wir jetzt hier... Wie wir weiterreißen können. Ähm, da waren wir. So, ach, guck mal einer an. Hier verboten der Hain. Das Ding haben wir auch aktiviert. Da war ja dieser Riesen-Boss. Jetzt müssen wir hier ein primäres Ziel. Abfahrt. Schnellerreise. Jawohl, Kai-Ulas, Ruhestätte. Wie auch immer man diese Orte ausspricht. Äh, ich würde mal sagen... Müssen wir jetzt hier zurück? Hm. Pass auf. Map. Aktueller Ort. Entdeckt. Okay, okay. Das primäres Ziel. Ja, ja. Ne, wir sind hier richtig. All righto. So, ich würde sagen, in der nächsten Folge, machen wir ja diese Woche drei von, äh, wird es hier weitergehen. In diesem Gebiet bei Remnant 2. Wenn es euch gefallen hat, wie immer den Daumen nach oben da lassen, dann sehen wir uns auf jeden Fall wieder im nächsten Video. Macht's gut bis dahin und los, kein Stress. Bis zum nächsten Mal.